Ey, wenn ihr zu scheiße seid, um zu überleben und ins Raumschub zu kommen, kann ich doch nichts für. Dumme Scheiße, du machst keine YouTube-Videos. Ich kann ja nicht aufnehmen, zumindest nicht gescheit. So, heiße Mädels oder nie, heißer Adler, knappe Simon, willkommen bei Christian Angel mit Help Driver. So, Folge 2, wir haben letztes Mal Mission 1 und Mission 2 und ein anderes gemacht, wo wir kläglich gescheitert sind. Das wollen wir aber jetzt nicht mehr aufholen, aber ansprechen am besten. Tun wir es am besten unter den Boden kehren, so. Und wir haben wieder, und wieder am Start ist wieder der Adlerfahn 99, hallo erstmal. Lang nicht gesehen, wa? Ja, sehr lang nicht, genau, seit gestern. Und der Simons Games. Genau, ihr habt ihn gehört. Alles klar. Alles klar. Okay, gut, dann werde ich mal, wir haben jetzt, ja, wir haben nicht viel freigeschaltet. Da drüben ist ein Ausrufezeichen, mal gucken, was er von mir will. Bla, 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 okay, alles klar. Oh, Entschuldigung. Ich hab den Fortschlag gesendet, ich weiß nicht, ob und wie du den annehmen kannst, aber ich hab den eingesendet. Ich hab keine Ahnung, frag mich was besseres. Besser, 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 besser. Ich hab keine Ahnung, egal, scheiß drauf. Wir gehen wieder in den Prometheus-System, wir haben Maja abgeschlossen, letztes Mal. Da gehen wir jetzt, ja genau, da haben wir. Mach aber mal, wenn du was machst, dann mach nicht nur Spaziergang im Park, sondern mach mal sehr leicht wenigstens, dass wir ein bisschen mehr Anspruch haben. Ich hab hier 100 EP-Boost 100. Das ist doch mal was. Ah, ja. Blackbox beschaffen, alles klar, auf geht's. Boom. So. Ah, das ist ja. Ja. Und starten wir. Ja, ich seh's. Sehr leicht, ja, das sollte locker gehen. Ui! Ne, ich mach nicht. Will nicht. Nein. So, also. Fast nicht reingegangen. Die Zone auswählen. Ja, da probier jetzt mal der Schottjahn, ob das da besser funktioniert. Nein, du nimmst nicht die Schrute. Das soll die Schottjahn sein, wir gehen aber jetzt mal hier hin, weil da noch was anderes ist. Mal gucken, was das ist. Vielleicht haben wir noch... Dann gehen wir einmal rum, rund um die See und alles und dann runter zur Box, ne? Dann gehen wir hier hin, oder? Ganz oben. Ganz oben in die Kante. Nein, nein, nein. Geh direkt ans Lager, wo man machen muss, dann sind wir direkt da. Okay. Ich meine, danach, nach, wenn wir uns befreit haben, können wir einmal rund rum gehen. Dann tun wir das. Adler der Führer. Oh, ich hab nen Tierfliegerangriff. Leutnant Adler. So. Feind. Ich konnte, ich brauch noch kurz, ich will noch kurz was gucken. Die Illuminierten. Lüft eine Bombe ab. Illuminierte. Illuminierte. Okay. Muss man nicht verstehen. Jetzt haben wir alle die Schrotze. Ja. Jetzt haben wir die Schrotze. Alle die... Ich hab jetzt mal den Tiefflieger angerufen, ausprobiert. Ich guck mal, ob er funktioniert. Ja. Müssen wir aber auch aufpassen, wo die einander hinfliegen dann halt, ne? Nicht, dass dann alles über uns fliegt, dann ist es auch wieder vorbei. Dann Dankeschön fürs Spiel und Dank fürs Zuschauen. Ja, nein, nein, keine Frage, keine Frage, keine Frage. Nur wenn's eng wird, probiert einfach mal aus. Dann muss halt einer weg, mindestens einer muss wegrennen. Alle laufen in die andere Richtung. Ne, wir müssen jetzt erstmal die Blackbox bergen oder was? Ja, ja, Blackbox. Aber hier war was und da wollte ich mal hier gucken, was das hier ist. Weil das hier das große Gebäude ist. Ah, wir müssen die Blackbox abholen und dann hier oben reinschmeißen. Achso, okay. Oh, scheiße, hätte ich das gewusst. Oh, pff. Wärst gleich unten ran gelandet. Ja, hab ich auch nicht gewusst. Hey, du Sack. Ähm. Ich kann dich ja gerne abknallen, wenn du willst. Hab dich doch nur Sack genannt. Was hast du denn das für Probleme? Töne sie alle! Kanzloor! Da ist was. Und wieso kann ich das nicht aufzählen? Hinter uns. Ja, Simon. Ja, gut. Da, oder was ist das? Abfelsen ist vorbei, hier. Hier runter, hier runter. Ja, ja. Bin schon auf dem Weg. Wir folgen dir, ich muss nachladen. Okay, vor der Blackbox ist ein Gegner. Okay. Aufpassen, jetzt einmal zusammen und dann gucken wir mal. Warte, 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 warte. Da ist der drüben am Felsen. Das war er, oder was? Hat es ja voll gelohnt. Okay, auf geht's. Wieder zurück. Ich hab nur eine Pistole. Adler beschützen. Verteidigen. Von allen Mitteln. Moment, ich beschütze ihn. Was war er? Wenn ich jetzt rumgehe, sei dir am Arsch. Was war das denn jetzt schon wieder? Daniel, hol mich mal wieder. Ne, hol. Anfrage bestätigt. Ei, 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 ei. Leute, wir spielen im Team. Ich bin ja nicht ja getrennt. Beschützen, beschützen. Ein bisschen Jungs kann auch sein. Mann, ey. Was mach ich das nächste Mal ganz schnitt. Tja. Bist schon schmeckt. Siehst du? Der Herr Christine Angel ist voll die Spaßbremse. Ja, voll die Spaßbremse, genau. Bitte in die Kommentare schreiben. Huuu. Jetzt kriegst du voll die Dislikes. Wie könntest du das denn machen? Abgeschlossen. Schön. Prima. So, dann laufen wir links oder rechts. Mir egal. Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja noch ein paar Proben für uns, für neue Waffen, Ausrüstung, Fähigkeiten, etc. Bla, bla, bla. Vielleicht haben wir das Glück, noch was zu finden. Da geht's rein. So. Wenn ich die Karte öffne, kann ich gar nicht mehr laufen. Ist ja doof. Ah, da ist eine Probe. Da ist eine Probe. Ich hab eine Probe. Die kriegt sowieso jeder. Ja klar. Aber ist auch gut, wenn jemand einen findet. Äh, äh. 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 Leiche. Wüste. Sieht man gar nicht sein Ziel. Sein Zielstreifen. Ja, das ist voll schwö. Ha, ha, ha. Pff. Das war ein Gegner. Na, da muss ich ein bisschen aufpassen. Na, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich wollte gerade eben ausprobieren, den Daniel mit der Schrotze in den Hintern zu schießen. So. Ha, 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 ha. Wie machts? Wiii. Bereithalten. Ausrüstung ist unternahend. Ich wollte gerade zeigen, der schmeißt ne Granate. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Huuuui. Wie kommt hier ne Granate gesegelt? Keine Munitions mehr. Na komm. Na komm, dieses mal opfere ich mich. Pff. Pff. Na prima. Damit ihr das auch mal seht. Wie das aussieht. So. Wir machen jetzt fertig. Ohne Simon. Nein. Okay, dann schalte ich Mikrofon ab. Tschüss. Was? Du Arsch. Ich wollte grad holen. Und so kleist mich ab. Entschuldigung. Oh Gott ey. Abstand halten. Das nennt man echt Teamplay. Daniel. Ja. Lass es. Was kipp? Ich hab verstanden. Kippe. Kippe. Ah da ist eine Probe. Nimm sie mit? Ja hab ich. Drei. Ist das geil. Ist das geil. Die können aber nicht lange rennen. Ja. It's raining man. Halloween. Oh. Also rechts Richtung Bunker. Richtung dem Bunker sind einige Gegner. Okay. Hier ist der Führer. Ich sitz in meinem Bunker. Und an unserem Helipod sind auch Gegner. Rechts oben sind auch welche. Komm mal her. Ja. Mann wie kommt man an diese Teile da ran. Ja. Wir müssen noch runter zu unserem Dingens. Komm mal her Simon. Ja. Ja. Ich hab doch gerade den Gegner geplättet. Der sagt zu mir. Komm her Simon. Impul. Patz. Wiii. Wiii. Was ist jetzt passiert? Hä? Verwirrt. Ich bin runtergefallen. Shit. Genau kommt da gerade ein Gegner raus. Shit. Ich bin runtergefallen. Berlin. Achso. Kann man von den Klippen runterfallen? Achso. Okay. Nicht gut. Ein Plopp. Scheiße. Warum werd ich denn schon wieder beschossen? Ist das MG? Ah nein. Wir gehen alle drauf. Scheiße MG. Mach das doch weg. Ich leg mich hin. Ich leg mich jetzt hier hin und fertig aus. Und warte. Denkung. T-minus 30 Sekunden. Voll. Ich stehe auf. Wir sind die Kriech- Der Kriech- Der Kriech-Klan. Kriechtiere. Wir sind alles Kriechtiere. Hahaha. So gehe ich zu unserem Schiff. Ankommen 30-minus 30 Sekunden. Okay. Geschütz ist weg. Achtung. Gefahr ist gebannt. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Wiii. Auf. Jetzt kommen wir alle rein ins Schiff. Ja. Hoffen wir es mal. Hahaha. So. Komm Simon. Jetzt rein. Jetzt überleben wir alle mal. Yay. Endlich mal. Wir haben alle überlebt. Was für ein Wunder. Ganz ehrlich. Ich habe kurz überlegt. Ob ich euch noch schnell abschießen soll. Bevor ich da reingehe. Ey. Ich hätte dir geholfen. Junge. Hahaha. Nein. Das ist aber. Auf. Drei Sterne. Hopp. Nein. Einen. Ja. Ich bin aber drei Sterne. Zwei Sterne. Zwei. Zwei. Wow. Nein. Schade. 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 Adler wurde befördert. Zwei Sterne. Die meisten Abschüsse. Ich natürlich. Mal wieder. Warum immer ich? Ich habe eine. Also ich habe jetzt eine neue SMG jetzt. Mal gucken, wie die ist. Ich habe dich vor gelassen. Aber ist aber ein Nerd. Ja. Also Jungs, ich probiere jetzt mal die SMG aus, einfach mal Just for Fun. Nehmen wir auch eine neue Waffe. Ich nehme das jetzt mal. Just for Fun. Punkte habe ich keine, okay, warum auch immer. Schade. Ja, ich bin halt so schlecht. So, wenn ihr alle bereit seid, sagt Bescheid. Du bist so schlecht. Nein. Ich gehe schon mal, geht das eigentlich, dass man schon in die Kapsel reingeht? Nein, leider nicht. Also ich bin schon drin. Ah, okay, also dann starte ich mal. So. Ui. Bin wieder raus. Tschüss. Bin drin. Und wieder raus. Nein, fast ohne mich. Also wir müssen jetzt zwei Punkte erobern. Ich tue mich direkt an den ersten Punkt mal, äh, Dings werfen. So. Geht das eigentlich? Also ich probiere mal die neue Waffe aus, ne? Ja. Was geht's? Geht das eigentlich, dass einer von uns auf dem Schiff oben bleibt? Nein. Say, das wird doch auch cool, wenn einer oben bleiben könnte. Schade denn der drunterballern nodt so mit ionschlag oder so und dü 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 dü. Ja, hab ich nicht gesagt. Du kannst mal auf dein eigenes Schiff zurückgehen. Aber dann bist du halt wieder alleine und aus der Lobby raus. Du bist hier schon so ein Grubenschwein? Achato, du bist hier schon so ein Grubenschwein. Ja, ich habe mich gleich hierhin teleportieren lassen, ist doch gut. Haben wir einen kleinen Vorsprung. Ich bin mal gespannt, wie das SMG jetzt funktioniert. Oh, HL nimmt trotzdem noch auf. Äh, Rotofug? Los, nachladen. Alles klar, haben wir abgeschlossen. Können wir zum nächsten Punkt gehen. Dann gehen wir erst da unten. Ich werde meins direkt hochladen. Mach doch. Kannst du. Mach ich auch. Ich mache erst morgen. Ich muss noch ein bisschen bearbeiten, weil ich habe euer Gespräch von uns mit aufgenommen. Oh, der ist bei der auf mich geschossen. Hahaha. Tot. Wow. Also hier sind wir gleich mal am Evakuierungspunkt. Da müssen wir noch nicht hin. Ja, klar. Gucken kostet nichts. Hä? Sieh mal ein Rennen. Hier gibt es goldenes Gras. Goldenes Gras. Okay, ich bin bekifft. Huuuuh. Da sind wir da. Was ist da oben? Nein! Was ist das hier? Ohohoho. Gefahrenzone, ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Hier oben ist ein Gegner. Nein, ich habe es nicht mehr. Verdammt. Was war jetzt hin? Was war jetzt hin? Hä? Ich glaube, das ist Miedenfeld. Pass auf, da ist ein Miedenfeld. Simon. Du musst uns wieder beleben. Wieder beleben uns. Es hängt alles an dir. Alles an dir. Was war's denn? Ganz unten. Ganz unten. Das untere. Ganz unten. Wo die mehreren Leute drin sind. Daniel? Ja? Ich glaube, du hast uns dadurch erledigt, dass du in ein Miedenfeld reingedappt bist. Ja, aber ich bin auch richtig durchgelaufen. Mich hat es nicht erwischt. Blind mal durchs Miedenfeld. Das muss man erstmal können. So. Warte mal, ich will mir ganz kurz was holen. Ja, wir sind noch nicht am, äh, wir müssen Munition holen oder wie? Es sieht aus, als würde ich ihn exekutieren wollen. Ach, schade. Warte. Was ist das? Biss... Nicht so. Ähm. Ich will da weg gehen. Hopp. Äh. So. Was will ich hier haben? Ui. Lauf einfach zur Ruhe raus. Von da aus können wir weitermachen. So. Schnauze dahinten, du Gegner. Und weiter geht's. Letzter Punkt. Pfff. Das erinnert mich ein bisschen an Destiny. Wegen den Charaktern. Mhm. Hahahaha. Deckung. Ich bin daut. Ich bin daut. Ich bin daut. Ich bin daut. Du hast. Auf. Wir gehen hier unten rum zum Evokierungspunkt. Oder wir gehen jetzt zum Evokierungspunkt. Das dauert ja lange, bis er mal schießen tut hier, oder? Oh ja. Ich mach erst. Das ist so süßes Ding. Gleich gibt's was, du Fratzen. Lecker Rührei. Oh Gott, das ist eine Nachladesequenz hier. Oh Gott. Warte. Dann lass sie halt weg. Schau, schau, schau. So. Hä? Was heißt denn, Frau? Ach so, das sind Wolken. Ich hab gedacht, was dazu kommt. Hä? Alter, was ist das denn für Pisser? Bleib hier! Nein! Lauf! 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 Ja, schieß ihn ab! Und überleb uns wieder bitte! So bald wie möglich! Oder steig einfach rein ins Schiff gleich, wenn's da ist. Okay, das ist schon wäre. Das dauert noch ein paar Minuten. Noch ne Minute. 50. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah Hol dir ne Munni-Kiste Äh Deckung ist nicht gut Das weiß ich auch Shit Soll mal zurück 3 Sekunden Lauf am besten so laufen 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 Du hast keine Munni mehr Lauf nur und lauf nur Nimm deine Secondary wenigstens in die Hand Ja laufen wir nochmal weg dann gehen wir nochmal hin Zurück, 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 komm zurück, komm zurück Nee, jetzt lauf woanders hin, lauf hin den ganzen Gegner weg und du wirst uns erstmal wiederbeleben, das ist erstmal das Wichtigste Andere Richtung, andere Richtung, runter, runter Lauf einfach weg Nein Ah, fuck Ah, verdammt Als so schwer war die Mission jetzt eigentlich nicht, blöd, dass wir es nicht geschafft haben Ja, ja, ich wurde befördert Forschungspunkt Hat doch was Ich bin tot und du ist, und ich wurde befördert What the fuck Ne neue Rüstung und Unten Umhang Ja, die habe ich auch schon beide Und einen Helm hast du eigentlich auch dazu bekommen Streber Oh no Äh Ich sage, dass man das nicht irgendwie noch hier verändern kann, also farblich, das finde ich doof Das hätten sie machen können, dass man hier nur wenigstens eine Farbe wechseln kann oder so So Wenn ihr alle bereit seid, sagt Bescheid Dann machen wir die Mission nochmal Du brauchst, du kannst mir so viele Vorschläge schicken, wie du willst Ich weiß nicht, wo das ist und solange ich das nicht weiß, bringt es mir auch nichts So What the hell Nein Ich habe keine Ahnung Okay, dann machen wir es nochmal Ich wurde ja unweigerlich gerade gezwungen ins Raumschiff einzusteigen Die Mission beginnt Nein, diesmal nehme ich nicht die Schrotze Da haben wir jetzt drei verschiedene Waffen Auch okay Genau Daniel hat Schrotze Ja, ich habe die Schrotze Arzloffahr ist Maschingewehr Und ich habe Schnieper Schnieper Schniedelwurz Warte Die wird so schon wieder Also wir müssen wirklich gucken, dass wir beim Heliport, wenn wir so da sind, alle überleben Bis dahin Oder halt so weit möglich Was ist das? Ich probiere es einfach Wer muss sehen Die Waffe ist kacke, die du hast Die macht viel zu wenig Schaden Die schießt Freunde ab Wir gehen Da oben ist eine Probe Was fliegt denn da über uns rum? Ja, das ist mal eine Drohne Ja, eine Drohne Was auch immer Lauf einfach zum nächsten Punkt Du musst halt nur aufpassen, dass man nicht über das Minenfeld wieder drüber klatschen Das werden einfach schnell durchlaufen, bevor die Minen explodieren Oder so Boah, ich hasse das, wenn man manchmal nicht rennen kann Kann man nicht dauerhaft rennen? War das nicht so? Ne Also da ist ja niemand Bisschen weiter hier rum Ja Relax My friend Relax Ich will schnell hinter mich springen, bevor wir wieder alle verwecken Ich springe jetzt alle da runter, fangen wir nochmal neu an Yay Warte, ich gehe in die Schutzzone Mach du es? Okay Geh weg Geh weg Das geht ja schnell Okay Das ist aber kein Geschütz Nein, das war kein Tieflieger Das ging aber schnell Deswegen frage ich das Komisch Okay Okay So können wir weiter laufen, wir sind fertig Auch jemand von euch noch einen Boni? Ähm Ich Ich hole ihn Okay Boah, was für Affen Hä? Was für Mongos Das ist der Mongo Das ist der Mongo So Uhu 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 Bob, lauft lieber bevor ihr nochmal verweckt hier Niii Okay Wo der lang denn jetzt? Nach oben Oh Simon dreht sich um und knallt mich aber neben dran steht der Gegner Oh sehr gut Ich habe auch den Gegner geschossen Simon komm her Definitiv präziser Schuss Du musst ihn wiederbeleben Definitiv nur das Ziel um einen Meter verfehlen Simon Ich fordere Shuttle an und dann wirst du ihn wiederbeleben Du musst ihn wiederbeleben Zwei T- 1 minuute 30 sekunden Nein Sorry Ich wollte ich nichts machen gerade Hohohohohohoho Entschuldigung Daniel Das sah mir nichts aus gerade Ach, ach, ach Ach, ach Ach Die Waffe ist scheiße Adler Genauso wie die Sniper Guck mal die macht dann kaum damage Was ist das für eine Waffe, wenn du nicht die Waffe kriegst du den werde ich nicht benutzen. Guck mal was ist... Was machst du mit der Schropflinde drauf? Bäm, ist es weg. So einfach. Ich tu dich wieder, ich mach, warte ich. So. Oh shit. Kleiner mit Granaden. Ups. Willst du mich direkt auch in die Luft springen bevor ich da bin? Nein. Hui. Also wir müssen jetzt beide überlegen ohne ihn, weil keiner von uns kann ich wiederholen. Keiner? Egal. Nee, du hast ja auch noch, du musst ja erstmal wieder erholen deinen. So. Ich hab keine Granaden. Auf nach 10 Sekunden durchhalten. Ankommen. 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 Schmeißt du die ganze ganze Piraten rum. Ankommen. Das Raumschiff kommt... Bevor es uns... ... döddet. Nein, nein, nein! Huuuuuuh! So, abgeschlossen. Schafft's. Huh, jai, jai, jai. Ne, sieht mal. Auch wenn's leicht ist, kann es ganz schön anspruchsvoll sein. Da hab ich gerade den Daniel mit dem Schrotgewehr weggerotzt. Nein, mit dem Steifer. Also ich wollte jetzt auch das Schrotgewehr wieder. Ich wollte den Gegner auch hinter dir haben. Du läufst da so schön quer rein. Problem bei der Schweizer hat halt keine Reichweite. Selbst schuld. Ja, aber dafür macht die mehr Damage. Und das ist irgendwie wichtiger, finde ich. Weil die Gegner tun wieso nicht so irgendwie ballern bis jetzt, dass du wieso alles nur im Nahkampf mehr machen kannst. Das Problem ist halt, wenn man gegen Cybert kämpft, die dann auch wirklich Gewehre haben oder halt Flammenwerfer. Ja, das ist dann was anderes, dann ist klar. Aber dann kriegst du die wenigstens auch schneller kaputt, wenn die grad neben dir da sind oder so. So. Du 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 du. Boah, ich brauch noch fast 500 EP oder so. So, Planet Belohnung. Bis wie viel, bis welches Level geht das? Unendlich, wahrscheinlich weiß es aber nicht. So, jetzt warten wir mal auf. Warten wir mal weiter. Ja, genau. Ich moin, genau. Okay, meine Damen und Herren, ich denke mal, das war's erstmal für heute. Ähm, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Runde von Helldivers mit Simons Games und Adlerfahren99. Ich sage mal wiedersehen, äh, liken und kommentieren und bei Simons Games noch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ähm, ja, und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich sage tschüss, Adlerfahr darf auch tschüss sagen. Jaja, tschüss, tschüss auch. Ja, tschüss, tschüss. Wiedersehen. Und. Tschüss, tschüss, tschüss. Äh, was, Simons Games ist raus. What however. Ja, ich bin schon vom Schluss gegangen. Okay, naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.